Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Diese Einstellung halb Florian Silber-Eisen, 40, auch dabei, die Trennung von Helene Fischer, 37, vor drei Jahren zu verarbeiten. Denn Abschiede werden nie leicht machen und aber stärker. Florians größter Wunsch ist eine eigene Familie. Das Gute, irgendwann wird schon alles wieder gut. Das weiß auch das Maute Bayer, bei dem es beruflich perfekt läuft. Auch privat wartet das große Glück. Denn wenn er die richtige Enden in sein Herz lässt, könnte alles ganz schnell gehen. Ob er vielleicht bald sogar zu einer sieben Hochzeit mit einer heimlichen Liebe bekommt. Ich habe eine große Familie und die Erweiterung kommt dann, wenn der liebe Gott es will, so der ämter Trenner kürzlich. Er klang dabei sehr zuversichtlich, als ob diese Zeitung dann nicht mehr so weit entlang liegen würde. Beatrice und Florian haben die Gefühle füreinander. Eine Familie zu gründen war schon immer der Traum des 40-Jährigen. Auf der Kunde belegen wird dieses Äglie, 33, die Kinder ist etwas wunderschönes, Kinder zu haben. Aufmerksame Schlagefände dürfte nicht entgangen sein, dass die Schweizerin aufbändig auf dem letzten Lied bei allen Schoß an Julians Seite stand. Ein Küchchen Bier, eine zärtliche Rührung, da so liebevoll zeigen sich die beiden auch in der Oktober beim Schlageboom. Abseits des Scheinwerferlichtes wurde es dann noch weniger. Florian rüstete der Beherfülle etwas im Wohnen, sie lachte verschenkt. Wir lachen sehr gerne zusammen, stellen sie, und dass sie ihn gerne mal grüßen würde. Außerdem telefoniere sie auch mit ihm. Sehr, sehr oft. Ist das alles Zufall oder eine richtige Bestätigung um neue Gefühle, die sich gerade entwickeln? Es wäre die beiden so zu wünschen.